15! Für 15! 15! Eilbott-Butterfisch dabei! 15! Eilbott-Butterfisch dabei! 15! Eilbott-Butterfisch dabei! Für 15! Raus damit! Einmal, zweimal dabei! 15! Eilbott-Butterfisch dabei! Eine Kiste! Eine Kiste 1 Euro und 3 Stück für 2 Euro! Wie geht das? Wahrscheinlich kauft er beim anderen ein! 15! Einmal 10! 15! 2! 1! 2! 1! 2! 1! 1! 1! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier der große Konzertsaal, das nennt sich Weinbergverfahren, das heißt da in der Mitte steht der Dirigent, das Orchester und hier sogar das Rings drumherum sitzen dann diese 2150 Leute. Was bedeutet denn die Fenster oder gerade die Struktur, die Form? Ja, was dahinter steckt, auch so an der Dachkonstruktion, das ist natürlich die Wellenform. Ist es jetzt Salz oder Süßwasser? Das gilt als Süßwasser, ist immer so ein bisschen salzig von der Nordsee, aber es gilt als süßwasser, so ein bisschen brackig. Also es riecht auch teilweise salzig. Ja, also Hamburg ist eine richtig leistige Stadt. Es gibt allerdings drei Dinge, die man wissen sollte. Erstens, man rülpst und man bricht nicht. Zweitens, es ist die geilste Stadt zu shoppen. Und das gleiche gilt natürlich auch für das Feiern. Du hast so viele Orte hier, perfekt dafür. Also nächste Woche geht's in die Metropole Ruhr und da gibt's wieder Reisegutschäle zu gewinnen. Und das Ganze unter germany.travel.hotspon. Servus!